Es geht wieder weiter mit God of Waragnarök. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play. Atreus ist vor seinem kleinen Ausflug wieder zu Hause angekommen. Hier müssen wir jetzt erstmal ins Haus reinkommen, ohne dass Gratis das vielleicht mitbekommt. Der ist nämlich bestimmt dann sauer sonst. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode und danke für den Daumen nach oben. Gestern. Gucken, was wir heute erleben. Okay, wir gehen echt durch die Haustür rein. Was ist das für ein Vieh, ey? Ich kann nicht schießen. Schade. Das sieht aus wie ein Blatt. Wie so ein fliegendes Blatt vom Weltenbaum oder sowas. Wir gehen durch die Haupttür. So, bauen wir rein. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden? Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst. Aha. Atreus. Wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Pinkeln. Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Ja. Bin gleich unten. Sindri ist einfach immer so auffällig, so auffällig übertrieben, wenn er lügt. Sind das Würstchen? Klar. Warum nicht? Warum nicht? Was ist das, wenn es keine Würstchen sind? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh. Und wo geht's hin? Alfheim. Die Heimat der Alpen. Alfheim? Du hast Alfheim. Und wir ziehen da hin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja. Warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal. Klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Eine weitere Saat. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Mehr für mich. Okay, das Abendessen ist echt weird. Tier, du willst uns wirklich begleiten? Ja. Wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Hm. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Okay. Also zurück nach Alfheim. Gucken, wie der Winter sich da auswirkt. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich hab nur gefragt, wie du mich gefunden hast. Und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten. Und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja. Und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Okay, er kommt also mit nach Alfheim. Hm. Kratos ist überraschend entspannt beim Abendessen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, was Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. Äh, na gut. Mich erwähnen, dass Brock vielleicht tot war. Aufstehen? Vielleicht sagen sie ja noch mehr. Obwohl die... Der Hinweis war eben nicht da, ne? Dann haben sie immer noch weiter geredet. Ich warte mal kurz im Moment. Vielleicht noch irgendeiner was sagt. Ist ja echt ein lustiges Abendessen von diesen Personen hier zusammen. Na, ich glaube, sie sagen nichts mehr. Hm, hm, hm. Oh, wie sieht's jetzt wieder Kratos? Natürlich. Ist sein Spiel. Interessant. Haben die also fleißig schon die nächsten Pläne hier geschmiedet? Mal, man sieht, dass auch hier das Ding rumfliegen. Jetzt haut er ab. Hat aber noch Geräusche gemacht. Hat so gequickt. Können wir Mimir mitnehmen vom Tisch? Der isst nichts, ne? Komisch. Gehen wir mal nach. Sind sie drin. Nein, wenn du es bist. Ai, ai. Danke. Er hat's getan. Tier hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen? Oder nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Nur er, weil er in einer Kleinkammer eingesperrt war. Was immer du brauchst. Nichts Neues. Einmal hier rumgucken musste ich, um zu gucken, ob was abgedatet wurde oder so. Ist nichts. Ich kann ein Accessoire kaufen. Schall nach Beben. Verfügbar. Verbesserungsfähig. Oder was? Und Atreus? Das ist wahrscheinlich wegen der Verbesserung. Oder die Atreus-Figur, die da steht. Die Holzpuppe. Ist es nur, weil ich das mit Bestienfetzen kann ich das verbessern? Ja, mach ich das doch. Aber ich hab dafür mit Kratos nichts, ne? Bestien Gebein für die nächste Stunde. Kratos? Was? Auf die Auferstehungssteine hab ich. Dann brauch ich nichts mehr. Verkaufen? Auch nicht. Hab ja nicht so viel gefunden mit ihm. Außer hier. Wütende Schlegel und einfache Auferstehungssteine. Ich verkaufe den einfach Auferstehungssteine wieder. Okay. Da hier keiner mehr was zu erzählen hat. Kein Gespräch mehr da ist. Können wir zur Tür gehen. Also, ich mein zur Tür. Nicht, nicht zur Tür. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Okay. Mal gucken, wie... Wie er jetzt mit uns rumläuft. Also ein Tier, wenn er mit will. Oder ob er immer so vorgeht und wir ihn ab und zu sehen. Alphime waren wir auch 2018. Das Reich der Lichtalben. Da hat Kratos ja einmal kurz ins Licht geguckt und war so ausgenockt. Da musste Atreus ihn beschützen und hat so viele Leute abgeschlachtet. Ein Eichhörnchen? Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz versprochen. Oh, ist das Ratatousk? Äh, Tösk. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Wie cool sieht der aus? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Mhm. Dieser köstliche Duft. Ist das... Verzeihung, bitte? Es ist Ratatousk. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Alles klar. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatouskir bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatouskir. Was ihr als Ratatouskir kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Äh, apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen. In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum was? Ja, mein Baum. Hier. Ich zeig's euch. Okay. Der Stein führt nach Niflheim. Das stand da jedenfalls gerade dran. Ah, dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Okay. Pfade verzweigen sich wie Erste von Yggdrasil. In Alfheim wartet eine lange und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von Niflheim birgt geheime Belohnungen. In Svartalfeien gibt es vielleicht noch unerledigte Angelegenheiten. Wählen sie mit Bedacht. Ja, also Svartalfeien bringt mir im Moment nichts, weil ich habe keine neuen Werkzeuge gefunden. Trainingsgelände von Niflheim könnte man mal reingucken. Das war ja auch immer das Land mit dem Gift und so, ne? Die Niflheim-Rüstung. Und Alfheim geht da erstmal die Story weiter. Interessant. Fortfahren. Neue Samen. Neue Yggdrasil-Samen für Alfheim und Niflheim wurden erworben. Wählen sie ein Reich, in das sie reisen möchten. Kann ich jetzt nur einmal reisen? Ich habe nur ein Same. Das heißt, ich kann einmal irgendwo hin... Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Ja. Aber es ist eine Nebenaufgabe. Ich mache ja Nebenaufgaben eigentlich immer zuerst. Da ist ein blaues Zeichen hier dran. Wir können ja mal hinreisen. Und ich hoffe, dass ich dann von da aus wieder wegkomme. Welt zum Reisen verfügbar. Drücken Sie um die Karte öffnen. Okay. Ich drücke einfach mal. Gesammelte Yggdrasil-Samen ein. Vielleicht bleibt er ja. Ich schaue mir das mal an. Das interessiert mich. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, solltet ihr wohl am besten hier auf uns warten. Ja, mach das doch. Die Soldaten in Svartalfheim. Das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Hm. Deswegen hat er die Walküren ausgeschaltet. Und belogen. Gut. Ja, Ratatarsk kann ich natürlich aus der nordischen Mythologie, das Eichhörnchen. Und wir haben es auch in Assassin's Creed Valhalla getroffen. Da war es ein Gegner für das Reime-Battle. War der letzte Gegner, glaube ich, der schwerste Gegner für das Reime-Battle. Der gute Ratatarsk. War lustig. Eigentlich ist er im Valhalla ganz lustig dargestellt gewesen. Aber hier sieht er nochmal richtig cool aus mit der Augenklappe und so. Richtig kleiner Badass-Eichhörnchen. Chip und Chap mäßig. Aber das sind keine Eichhörnchen. Das sind Streifenhörnchen. Aber der könnte mit denen zusammen locker umherwandern. Wie sieht das denn hier aus? Das ist ja alles Eis hier. Klar, Fimbulwinter. Der Rabenbau. Das sind alles Raben da oben. Das sind Leuchteraben, aber die sind nicht grün. Die sind weiß. Okay. Das ist also das neue Trainingsgebiet. Entweder so wie aufgebaut wie Muspelheim. Müssen wir denn hier sein? Oder wie Nifelheim früher. Zerschmetterte Seelen? sind mir echt unheimlich. Zerschmetterte Seelen? Rock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich Scheiße. Egal, wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Ja, das ist ein gutes Sprichwort. Muspelheim hat so, man konnte ja später auch mal anfangen, ein paar Stufen machen. Irgendwann ging es dann nicht weiter. Man musste stärker werden und dann wieder zurückkehren. Vielleicht ist das hier ähnlich. Hier gibt es auch nichts Neues zu kaufen. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Aber dann die von 2018, weißt du? Weil ich hab doch jetzt hier den Teil. Frei sind wir. Vom Vater frei. Unser halbes Leben nun. Niemand anderer mehr sei. Die freuen sich. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Alter, guck dir mal die ganzen fetten Kisten an. Je mehr Raben ich befreie, umso mehr Kisten kriege ich als Geschenk. Ich mein, hier in dem Teil hab ich jetzt erst neun oder zehn Raben. 2018 hab ich alle geholt. Die freuen sich aber, dass sie befreit wurden. Okay. Hier sind also die Belohnungskisten. Das ist halt wie... Ah, guck mal, siehst du. Erforderliche Raben. 9 von 28. 9 von 8 und 3. muss man alle finden. 48. Kann ich noch gar keiner öffnen. Ich hab doch schon neun. Stell dir mal ran. Doch, die kann ich öffnen, die hier. Die geht. Die noch nicht. Eine kann ich öffnen. Aber es ist ja schön. Dann freuen sich die Raben ja wenigstens, wenn wir sie befreien in der anderen Welt. Dass sie nicht mehr für Udin schuften müssen. Und auch schön, dass ich schon eine Belohnung holen kann. Oh Gott, der Rabentränen. Ein Geschenk des Todes, um sie immer zu ersticken, das Einfach des Udin. Das ist für ein, bestimmt gutes Set. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Udin vernichten, wenn wir sie finden. Auf jeden Fall. Dann will ich alle sechs Kisten haben. Eins von sechs haben wir jetzt schon. Jetzt brauche ich beim nächsten zwölf, zwölf Raben. Dann kann ich schon die zweite Kiste eröffnen. Und es gibt ein fettes Set. Mal gucken, was besser ist auf das Zwergenset, was ich habe. Pfiffdrüstung. So. Wir haben, das ist auf jeden Fall schon Stufe drei. Wir haben das hier jetzt. Abwehr. Alter, guck dir mal die Verbesserung an. Wie krass. Ich habe das hier an mit Abwehr zwölf, die Zwergenrüstung auf Defensive. Und hier, das hat einfach 29. 29 auf Abwehr. Erhöht die Heilung durch Heilungssteine, Rage und Ausrüstung. Heilungs Dings erhöht 15%. Massiv verstärkte Rüstung, die robuster als das gehärtete Eis Niefelheims sein soll. Und ist blau. Okay. Ja, einmal mal eine fette Rüstung, schon gleich am Anfang hier. Gurt der Raben drehen. 29 Abwehr. Gleich anziehen. Ist ja richtig gut. Verbessern geht noch nicht, ne? Aber ist auf jeden Fall richtig gut. Passt jetzt halt nicht so zum Brustpanzer. Naja, noch zwei Raben und ich kann mir das nächste Teil holen. Gibt es wahrscheinlich dann, wahrscheinlich wird das von unten nach oben aufgebaut. Zuerst Hüftrüstung, dann Arme und dann Brust. Ich glaube, Brust wird so das eines der wichtigen Teile sein. Aber das sind sechs Kisten. Das sind ja nur drei Rüstungsplätze. Sind aber sechs Kisten. Vielleicht kriegt man auch Waffen oder Teile für die Waffen, die man ranbaut. Okay, auf jeden Fall nice. Danke Raben. Wir werden uns wiedersehen. Okay, und das ist dann da Trainingsgedingens. Gucken wir mal rein. Hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, hierher zu gehen. Mega. Trainingsstein der Erste. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Sie können mir nicht schaden. Also nicht dauerhaft wahrscheinlich hier schon im Kampf. Aber gucken, was wieder Herausforderungen sind, was man machen muss. The Draugetraining. In der Sparringarena können sie ihre Fähigkeiten im Kampf testen und verbessern. Sie verfügen dort über unendlich viel Gesundheit, zu viel beschleunigte Abflinkzeiten. Okay, Hinweis. In der Arena erhalten sie weder EP noch Hacksilber. Das bringt also nichts. Und hier? Grimtraining. Das Gleiche. Okay, wir können gegen Drauget antreten oder gegen Grim. Aber in der Arena erhalten sie weder EP noch Hacksilber. Also das bringt ja ist ja dann hier nur zum Trainieren. Ich dachte, die gehen vielleicht noch Türen auf. Ja, da kommen wahrscheinlich die Gegner durch. Okay, ist wirklich nur ein bisschen, ein bisschen um rumzuschlachten. Ich starte mal eins, damit man mal sieht, wie es so aussieht und so. Irgendwie. Dann mal los. Ist jetzt aber nicht so eine Herausforderung wie jetzt Muskelheim. Kommt vielleicht noch ein anderes zu. Das war der Vorsicht. Das war der Enten. Wir werden wieder in Kratos gewöhnen, wenn man den jetzt länger nicht gespielt hat. Alle decken wir mit dem Schirm. Naja, aber ich verliere auch wirklich gar kein Leben. Na doch, Leben verliere ich schon, aber lebt sich das wieder aus? Ich dachte eben, hier hat einer was feilen lassen, aber ne, das war nur... Der hat ja abgekriegt. Aber es sind jetzt keine Wellen. Die Sporn ist einfach hier... Bis in die... Bis in die Unendlichkeit. Kann man das ausmachen? Hier drücken. Okay. Na gucken, vielleicht kommt da später noch was dazu und ansonsten kann man hier immer herreisen, wenn man die Raben wiederholen will. Ich sollte mir dann die Nummern auf jeden Fall merken, aber... Ich gehe sowieso... Ja. Ungerupftes Hühnchen. Ich werde hier sowieso wieder hergehen, wenn ich zwölf Raben habe. Dann kann ich mir das nächste Teil holen. Sehr schön. So. Und nun? Muss ich erstmal wieder dahin? Sindris Haus, wenn bereit, zu Sindri zurückkehren. Also ich muss erstmal zu Sindri zurückkehren und von da aus dann wieder in die andere Welt. Umständlich. Machen wir. Aha. Aha. Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Das war das, was wir wegfliegen gesehen haben. Die vier Seelenteile von Fenrir. Das waren ja diese Punkte. Aber guck mal, jetzt geht's auch wieder. Er fragt jetzt nach, wie man Sachen vom Tod wieder zurückholen kann. Wieder mit dem Gespräch mit Sindri. Es zieht sich das Dome ins Spiel. Er will seinen Wolf wieder haben. Ja. Und er spielt ja auch eigentlich bei Ragnarök eine Rolle. Interessant. Hätte Sindri ihm das bloß nicht erzählt, ne? Tür. So vergessen. Yo. Na klar. Ja, finde ich auch. Und er hat Meister Kratos gesagt. Er hat Manieren. Sprech. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Ja. Gibt's das Windspiel nur hier oder auch in anderen Teilen der Welt? Ja. Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Was gibt es noch? Vorzüglich. Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nieddaugers. Nieddaugr, das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste und Nieddaugr frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nieddaugr ist eine strenge Materialchen. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... Vertraut. Okay, hier ist... Wohin an, lasst euch nichts zustoßen. Nein, nein. Hier ist Nieddaug als Mutter dargestellt, als Weibchen, Drachen, Lindwurm. Letztens ja erst besiegt in Valhalla. Was heißt letztens, ist auch schon ein bisschen länger her, aber... Da war das ein großer, heftiger Giftdrache. Männlich aber. Ja. Vielleicht werden wir die hier auch nochmal sehen. Nieddaug. Das sind also nur die Kinder. Okay. Coole Gespräche auf jeden Fall heute dabei gewesen. Wir sind bereit für Alveim, wenn du es bist. Oder willst du in Svartalfheim noch was erledigen? Svartalfheim können wir nichts machen. Wir haben ja immer noch kein neues Werkzeug für diese eine Sache da gekriegt. Hier ist Svartalfheim, ne? Ne, wo kommt jetzt Muspelheim her? Der Schmelztiegel. Aber der ist noch geschlossen. Aber ist auch auf jeden Fall da. Das hier, Nieddaugheim. Das da ist... Ja, Svartalfheim ist ja keine Zeichen gerade, aber dann... Das ist noch... Muspelheim gibt es also auch wieder. Aber ist zu. Eine lange Reise wartet hinter dem Tor von Alfheim. Treten Sie hindurch, wenn Sie bereit sind oder erkunden Sie andere Welten, um sich vorzubereiten. Also wir können dann da erstmal nicht mehr weg. Da müssen wir dann erstmal die Story weiterspielen in Alfheim. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. War die erste andere Welt, die wir 2008 nachzunehmen getreten haben. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Hab ich gerade gesagt. Freya wollte mit uns kommen. Aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Ja. Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich. Naja, mal gucken, wie es jetzt aussieht durch den Winter, ne? Mit Ragnarok und so. Okay. Hast du nicht mal Schuhe angezogen? Na. Okay. Ist das jetzt sandig geworden? Haben die jetzt eine Wüste daraus gebaut? Das sieht nicht mehr so aus wie beim letzten Mal. Hat so ein bisschen was von einem Star-Wars-Planeten gerade. Alles ein bisschen trocken, oder? Das war doch so grün-hell alles hier in Alfheim. Was haben wir denn hier für Wissen? Zerstörte Geschichten? Ja. Nicht gerade einfach zu beheben. Zerstörte Geschichten? Schmiererei im Territorium der Dunkelalben neben der Statue ihrer Ahnen den Alben vor der Trennung von Licht und Dunkel. Die Botschaft ist ja, was genau und für wen? Entweder habe ich die Alben die Statue gesehen und sie ignoriert oder sie sind zu beschäftigt mit der Beherrschung des Lichts. Haben wir schon eine Karte? Nö, nö. Also nicht so viel. Das hier sehen wir bisher. Was ist denn das hier oben? Zum Tagebuch. Der Pfad. Wir sind hier am Strönt. Der Strönt. Geil. Ich habe meine Strönt-Kleidung gar nicht dabei. Okay, es gibt hier neun Truhen, zwei Stück. Legendäre Truhen, eine. Wissen haben wir gerade schon eins von zwei gefunden. Artefakte zwei. Ein Odins-Raben. Schade. Den habe ich danach erst zehn. Brauche ich noch ein paar mehr, um auf zwölf zu kommen. Okay. Gut, aber das ist ja nur der Strönt. Vielleicht gibt es ja, wenn ich den Strönt durchquere, danach noch weitere Raben. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Coole Folge heute. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Rata Tursk ist wieder dabei. Oder was heißt wieder? Das andere war ein anderes Spiel, war ja Valhalla. Aber für alle, die bei mir Assassin's Creed gucken, die haben sich da wahrscheinlich auch dran erinnert. Also bis zum nächsten Video. Danke für sein Schalten. Danke für den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao, ciao.